Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt bestimmt alle diesen wunderbaren, geilen, super, mega, spaßigen, neuen YouTube-Trend mitbekommen, nämlich diesen Baden in irgendeiner Scheiße. Yay! Yay! Und ich... Happy! Ich frage jetzt den Dagi, ob er sich denn überhaupt mit diesem YouTube-Trend auskennt. Aber sicher doch. Denn Dagi muss man jetzt sagen, ne? Dagi? Aha. Ah, echt? Bereit? Ja. Wer hat in 40 Litern Schleim gebadet? Fangen wir mal einfach an. What the fuck, dass das überhaupt jemand macht, verwundert mich schon. 40 Liter Schleim. 40 Liter Schleim. Also mittlerweile kommt es mir in YouTube so vor, als ob das jeder Zweite macht. Ja, ja, aber wir suchen ja den. Den einen. Den, der in 40 Liter Schleim... Also wir suchen nicht die, die in Glitzerschleim gebadet hat, ne? Das ist unnütz. Das sind wir uns alle einig. Aber wir suchen den, der diesen Trend nach Deutschland geschwappt hat. Dieser eine, der diesen Trend perfektioniert hat und in 40 Litern Schleim gebadet hat. Den suchen wir. Dieser eine also. Genau diesen einen suchen wir. Dieser eine? Alles klar. Ich würde behaupten, ähm... Ich sag einfach mal ganz pauschal Simon Desue. Richtig. Okay, das war easy. Das war easy. Aber jetzt, jetzt habe ich eine Sache, die habe ich rausgefunden, ne? Die habe ich alleine rausgefunden. Oh je. Denn es heißt gar nicht Baden Inn. Sondern? Das ist jetzt echt mal, das ist krass, ne? Jeder macht so, ich bade in, aber das war ja vorher schon in. Das war ja schon vorher schon in, bevor man darin badet. Nämlich ein YouTuber hat gemacht, 1500 Wasserbomben. Bunch over Loons, WTF. Und hat damit seine Badewanne mit 1500 Wasserbomben gefüllt. Welcher YouTuber war das? Mit 1500 Wasserbomben? Genau. Wer hat in 1500 Wasserbomben geballt, noch bevor es cool war? Boah, das muss ja, das muss ja ein richtiger Newcomer sein. Das muss ja jemand mit richtig Ideen sein. Jemand, der YouTube noch revolutionieren kann. Wer macht denn sowas? Ja, das ist hier die Frage. Wer badet in 1500 Wasserbomben und nennt es nicht Baden Inn? Boah, das ist wirklich kritisch. Wer revolutioniert denn YouTube? Lassen wir mal so. Tanzverbot wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ich denke mal. Ne, ne, da wären es mehr Wasserbomben gewesen. Da wären es wahrscheinlich mehr Wasserbomben. Und damit wäre er abgebomben, abgeworfen worden, nicht abgebombt. Das ist also, puh, Dima vielleicht? Nein. Nein, nein, nein. Also, nein, Dima ist es diesmal nicht. Okay. Sobald ich jetzt beurteilen kann, ist es gar keiner von der Gang. Und das schränkt jetzt einer schon mal ziemlich ein. Oh, das schränkt schon ganz schön viel ein. Also jetzt bin ich auch sehr aufgeschmissen. Keiner von der Gang, sagst du? Ja. Das ist auch nicht Tanzverbot. Ne, ne, auch nicht Tanzverbot. Auch nicht Dagi-LP. Also, das will ich an dieser Stelle nur gesagt haben. Auch nicht Dagi-LP. Okay, okay. Ja, bei dem wäre ich jetzt als nächstes gewesen. Weil, ne, aber, hm. Ja, bei Revolutionieren, ne, da warst du da Dagi-LP. Miguel Pablo eventuell? Ne. Ne, 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 ne. Den würde ich auch selber rausbrechen. Also, ganz ehrlich, das ist jetzt ein YouTuber, der auch solche krassen Sachen gemacht hat, wie die geilsten Spielzeuge aus unserer Kindheit. Geilsten Spielzeuge aus unserer Kindheit? Ja. Scheiße, das ist überhaupt nicht mein Fachgebiet vom YouTube selber. Ich würde mal behaupten, ähm, da, da, kannst du mir einen Tipp geben? Geht das? Sie hat Titten. Ist das erlaubt? Ja. Okay, ähm, wie viele, wie viele YouTuber hat der? Du sagst aber, es waren der. Was, wie viele YouTuber hat der? Ich habe gerade gesagt, ich habe gerade gesagt, sie hat Titten. Du hast am Anfang gesagt, es war einer. Ich habe gesagt, er, der YouTuber. Du hast mich verwirrt. Daniel, du verwirst mich. Der YouTuber. Es ist eine Frau. Es ist eine Sie. Okay, es ist eine, es ist eine Frau. Ach, scheiße, ey. Ich habe keine Ahnung. Okay, okay, noch ein Tipp. Wenn man jetzt sagen würde, Shirin David, die ist aber in der Gang, oder? Ist sie in der Gang? Ja, die ist, glaube ich, in der Gang. Ich gebe dir einen Tipp. Es ist nicht Dagi. Die ist doch in der Gang, oder? Ja, deswegen ist es ja nicht Dagi. Aber dann ist das ja kein Tipp. Dann ist das ja kein Tipp. Mann. Mann. Das war so ein Tipp. Das war ein riesengroßer Tipp. Und ich wette, du kommst drauf, dass ich dir einen Tipp gegeben habe, wenn ich es auflöse. Ach so. Lion. Ich habe gerade gesagt, es ist ein Mädchen. Ja, passt doch. Okay, okay, du hast keinen Punkt. Ne, es ist vorbei. Es ist Baby. Oh, weia. Mensch, wenn ich sage, es ist nicht Dagi, dann muss es doch Baby sein. Ach, was die beiden zusammen machen in ihrer Freizeit, das weiß ich nicht. Das tut mir leid, wenn die zusammenhängen. Ich werde jetzt immer ein mega, mega einfaches für dich, ne? So, baden in Sneaker. Das ist wirklich einfach. Also, die Auswahl ist ja eingegrenzt. Ich würde mal ganz pauschal sagen, das könnte ApoRed sein. Könnte sein. Legst du dich drauf fest? Baden in Sneakern und ApoRed, das würde eigentlich wie die Faust aus dem Auge passen. Aber wenn du mich so fragst, dann sage ich, das war doch Leon Machère. Nein, ApoRed ist richtig, ich wollte dich nur verunsichern. Du bist echt fies, ey. Mann. Okay, jetzt kommt der beste Titel. Baden in 100.000 Bubbles, Crazy Bubbles Bad. Das tut mir jetzt sehr leid, Dani, aber das weiß ich leider. Das weiß ich leider. Das tut mir leid, ich bin ein bisschen zu aktiv auf YouTube und hab mal wieder zu oft auf den Trend-Button gedrückt. Schande über mich, Schande über mein Haupt. Aber ich weiß leider, dass das Lima war. Das ist richtig. Ich weiß, ich hab neulich mit einem Freund so unterhalten, ne? Und er so, gibt's wieder was Gutes auf YouTube? Ich so, warte mal, ich schaue in die Trends. Wir haben 15 Minuten lang gelacht. Großer Fehler, großer Fehler. Okay. Also, das nächste gebe ich dir schon mal Tipp, es ist nicht Bibi. So. Baden in 12 Flaschen Bilou, Duschschaum von Bibi. Ja gut. Ja gut. Also, da würde ich einfach mal ganz klar sagen, es grenzt schon wieder alles sehr ein. Da ich aber vorhin schon den Tipp hatte, dass es bei Dagi eventuell Bibi sein könnte, gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass es Dagi war, sondern ich gehe mal davon aus, dass es Julienko war. Das ist nicht korrekt. Was? Und dann sag ich ihr, es war Dagi. Das ist ebenfalls nicht korrekt. Was? Hä? Was war, hä? Moment. Das ist falsch. Okay. Warte. Wer badet in 12 Flaschen Bilou? Ja, das frage ich mich auch. Wer macht sowas? Wer macht sowas? Das ist doch behindert. Ich glaube, du hast neulich ein Video über ihn gemacht. Was? Ich? Du. Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, du hast neulich ein Video über ihn gemacht. Bin ich mir relativ sicher. Oh, scheiße, Mann. Über wen habe ich denn Videos gemacht? Über zu viele Leute. Boah. Über viel zu viele Leute. Scheiße. Aber jemand in dem Kreis habe ich doch noch nie ein Video. Doch, hast du. Du hast da neulich ein Video drüber gemacht. Bin ich mir ziemlich sicher. Ey, das macht sowas. Ich habe es sogar noch kommentiert. Ja, warte. Was ist das? Noch kommentiert. Boah, das ist jetzt echt schwierig. Ich befinde mich grad voll auf dem falschen Gleis. Weil eventuell ist das... War das ne Erwähnung in einem von meinen Videos? Oder war wirklich das ganze Thema auf diese Person bezogen? Es war das ganze Thema auf diese Person. Und nein, es ist nicht Kronk. Ja, das ist echt schwer. Ich muss kurz mal überlegen. Hä? Du hast über Kronk jetzt zuletzt geredet? Du hast mal über Aib Lahali? Du hast mal über Dark Victory geredet? Du hast... Ähm... Über KuchenTV hast du schon mal geredet? Du hast über KS Freak? Ja! Wow! Wir sind eine Million. Eine Million. Ja, nice. Oh Mann, ey. Ich bin jetzt nur dann KuchenTV auf den Namen gekommen. Okay, das nächste kennst du vielleicht nicht. Die hab ich jetzt auch erst neulich erst durch Suri gefunden, weil ich Suri gegoogelt habe. Mhm. Es gibt nämlich zwei YouTuberinnen, das geb ich dir als Tipp. Okay. Die baden in 100... YouTuberinnen sagst du. YouTuberinnen. Die baden in 100 Badebomben. Könntest du selbst den Kanal nicht kennst. 100 Badebomben? Ja, kennst du diese, die man sonst ins Wasser macht und dann spudelt das so? Ja, so einigermaßen. Die haben 539.000 Abonnenten gerade. Info... Boah. Beide zusammen? Ja, es ist ein Kanal. Ein... Ein Kanal mit zwei Frauen? Genau. Ich kenne überhaupt gar keinen Kanal mit 2500.000 Abonnenten. Oh shit. Warte mal. Ähm... Aber arbeiten die mit irgendwelchen YouTubern zusammen, die man kennen könnte? Nee, ich glaube, die sind ziemlich auf sich so beschränkt. Also ich weiß es nicht genau. Okay. Aber... Äh... Ja, ich habe dieses neulich erst zufällig gefunden. Von daher ist es okay, wenn du sie nicht kennst. Okay, also... Die eine ist so blond und hat eine Brille und die andere ist Asiatin. Asiatin? Äh... Aber nicht diese Nela, oder? Nein. Okay. Asiatin. Weil ich überlege gerade so, die Asiatinnen, die ich jemals auf YouTube gesehen habe, versuche ich gerade mal alle durchzurattern. Das sind ja jetzt nicht so wonderlich viele. Ich kann es dir auch sagen. Also ich glaube, so bekannt sind es nicht. Der Kanal heißt Viktoria, Sarina und die heißen Viktoria und Sarina. Was soll ich den denn kennen, Dani? Was machst du mit... Was machst du mit Sachen mit mir hier? Ja, ich habe da neulich nur gegoogelt nach Chibabas, ne? Und dann bin ich auf die eine gestoßen. Die haben ihre Chibabas vorgestellt. Die haben nämlich Chibabas, die Geschwister sind. Und die eine von den Chibabas heißt auch Suri, aber mit Z. Ja. Ah, okay. Okay. Da erfahren wir die Hintergründe. Ja, ja. Jetzt kommt ein Kanal, den ich selbst nicht kannte, aber ich finde das Thema einfach super. Wer badet in 1000 Tampons? Also, ey. Das geht doch gar nicht klar, ey. Der Kanal hat 400.000 Abonnenten. Das ist eher so ein Prank-Baden. Ich weiß, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass Mr. Trashpack das in seinem letzten Video erwähnt hat. Und dass man da kurz den Ausschnitt gesehen hat. Ich weiß, ich habe von dieser Geschichte gehört. Ich weiß nur nicht gerade, welcher YouTuber damit zusammenhängt. Ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Ein Mann. Alter Schwede, ey. Wie kann man denn so behindert sein? Das ist so eklig. Ich muss mal an dieser Stelle sagen, ich habe so eine Phobie vor nasser Watte und vor nassem Papier. Ich mag das auch nicht. Ich habe da so eine richtige Phobie vor. Kennst du diese Feuchttücher? Ich finde die super eklig. Ich als Brillenträger. Ich finde das so eklig, Mann. Das ist richtig schlimm, wenn man sich damit die Brille sauber machen muss mit diesen ekligen, nassen Lappen, die dann auch noch so komisch nach Alkohol duften, ey. Ich hasse es, wenn so Papier nass wird, wenn ich irgendwas aufwischen muss, also mit Küchenpapier. Meine Mutter hat mal gesagt, ich soll was mit Küchenpapier aufwischen. Ich bekomme das so ein Ekel, wenn das nass wird. Ich muss dann immer so fast eine ganze Rolle Küchenpapier nehmen, damit es ja nicht durchweicht. Ich finde das so eklig. Das ist wirklich mega eklig. Also wahrscheinlich habe ich deshalb auch verdrängt, wer das war. Ich sage jetzt mal irgendwie Leon Machère als Vorschlag. Leon Machère hat 400.000 Abonnenten? Ach so, 400.000. 400.000, boah. 400.000. Wir sind 400.000 und er ist der King von Austria. Keine Ahnung, aus Australien muss ich gerade sagen, aber aus Österreich kommt. Boah, ich schaue dieses Video gerade im Hintergrund, das ist so eklig, Alter. Ich habe keinen blassen Bunz. Okay, ich sag's dir, ne? Absolut nicht. Der Typ heißt Alex Pau oder Alex V oder kann irgendwie ausgesprochen werden. Okay, hätte ich nie rausgefunden. Hätte ich nie rausgefunden, kenne ich gar nicht. Bin ich auch froh drum, bin ich sehr froh drum. Jetzt ist wieder was, was du kennen könntest, nämlich es gibt einen YouTuber, der badet in schlechten Videos. In schlech... Hä? Wie soll ich mir das denn vorstellen? Der nimmt sich die Videos, spielt die auf eine Disc und schmeißt sich dann da rein, oder was? Ne, ne, er hat die Thumbnails und Titel dieser Sachen ausgedruckt, auf Karton klebt und hat sich da reingelegt. Das finde ich aber wiederum gut. So was finde ich kreativ. Das ist ein Verarsche-Video, das ist was Gutes, ne? Ja, das hat mal Stil so irgendwie. Das kann man sich angucken, ohne direkt vor Fremdscham zu werden. Übrigens im pinken Oberteil seiner Freundin. Oh. Ja gut. Jeder wie er mag, ne? Ja, gut. Ähm, ja gut, aber wie viele Abos hat der, hast du gesagt? 395.000. 395.000. Ich habe leider kaum YouTuber in meiner Liste oder die ich kenne, die mit der Abozahl gesegnet sind. Er war mal ein Let's Player, aber ich glaube mittlerweile schon lange nicht mehr. Er war mal ein Let's Player. Boah. Arbeitet der mit irgendwelchen YouTubern zusammen? Ja. Die man kennen könnte? Ja. Berätst du mir diese YouTuber? Kongcrafter. Kong- Krancrafter. Das war zu einfach. Ja, es war Krancrafter. Okay. So, und jetzt kommt mein letztes Video, ne? Welcher YouTuber badet in Wasser? Schade, dass du nicht Luft gesagt hättest, das hätte ich gewusst, das war nämlich Sturmwaffel, aber Wasser, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll und äußerst selten. Das kann nur eine Person gewesen sein, und zwar... Du hast recht, Bibi. Nein, okay, wir machen weiter. Ich gestern Abend, nachdem ich gestreamt habe. Das hast du leider nicht hochgeladen. Wir hätten es bestimmt alle gern gesehen. Leute, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das gegen gesehen hättet. Ohne Zensur, Leute. Ich bin gegen die Zensur, also... Können wir auch nachholen? Geht später einfach auf Duggys YouPorn-Kanal. Richtig. Äh, wie heißt dein YouPorn-Kanal nochmal? Hogwarts-Spitze-Türme? Ach, keine Ahnung. Richtig. Richtig spitze-Türme in Hogwarts, richtig. Gut. Ja, aber dann... Ich hab überhaupt keinen Plan, wenn Wasser badet. Also, das ist zu verrückt. Also, wenn Tampons badet, das geht ja noch voll klar, aber Wasser, das... Keine Ahnung, also... Also, wir haben ihn in diesem Video schon erwähnt. Wir haben ihn in diesem Video schon erwähnt. Dann arbeiten wir einfach mal das Ganze ab. Oh, nein, nein. Kuchen-TV. Nein. Tanzerboot. Nein. Mr. Trashback. Nein. Ähm... Ähm... Julienko. Nein. Ähm... Wen hatten wir? Miguel Pablo? Nee, der macht sowas nicht, das ist zu normal für den. Das ist zu normal, ganz ehrlich, der war halt nur in Chicken Wings. Ja, richtig, genau. In Totentier, das muss so. Ja. Ähm... Wen hatten wir noch kurz? Äh... Da-ba-ba-balala ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Bomwaffeln hat im Duftleben. Nee, das kann es auch nicht sein. Ähm... M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-im-m-m-m-m-m-m-m-l-m-m-m-m-m. Das kommt einfach gar nicht drauf. Nein. Ich glaube, es wird Concrafter sein, oder? Das ist korrekt. Juhu! Gar nichts. Ein Bad mit mir. Was? Nein! In Wasser oder in Luft? In Luft. Angezogen. Oh. Okay. Okay. Ja gut. Das war's schon? Das war's schon. Oh nein. Ich hätte so gern noch weitere tolle Trends erwarten. Ja. Das nächste Mal, Leute. Wir müssen mehr Trends in die Trends bringen, um Trends erraten zu können. Vielen Dank fürs Zusehen. Schau bei Dagi vorbei. Wir nehmen auch eine Folge für ihn auf. Ich weiß nicht genau, wann die kommt. Vielleicht ist die schon draußen. Ja, die kommt so in ein paar Tagen oder so. Die kommt dann so in ein paar Tagen oder so. Muss man mal gucken. Und da muss ich dann Hogwarts-Leute erraten. Und ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich denke mal, es wird gleich lustig. Das wird cool. Und vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Schuss, schug, schuss.